Shining, ein absoluter Klassiker unter den Büchern und auch unter den Filmen. Aber warum eigentlich? Was macht die Story von Shining so genial? Ganz kurz zur Story. Es geht um eine Familie und vor allem ihren Familienvater, der Alkoholiker ist, trockener Alkoholiker, in der Vergangenheit auch viel mit Gewaltproblemen zu kämpfen hatte und deswegen auch schon den ein oder anderen Job verloren hat. Und jetzt zu Beginn dieser Geschichte bekommt er allerdings von einem guten Freund eine neue Chance. Er bekommt einen Job angeboten, den er auch annimmt als Hausmeister in einem Hotel, dem Overlook, das in einem Gebirge steht, wo sie dann über den Winter, wo das Hotel geschlossen hat, absolut abgeschottet vom Rest der Welt sind. Jack zieht dann mit seiner Frau Wendy und seinem fünfjährigen Sohn Danny dort über den Winter hin. Danny spielt auch noch eine Hauptrolle in dieser Geschichte und wir haben dann hier eine Geschichte, in der die Vergangenheit aller Figuren zusammen mit dem Alkoholismus des Vaters und dem Hotel ein absolutes Horrorszenario darstellen. Es geht in dieser Geschichte auch viel um einen Zusammenhalt in der Familie. Es geht um Vertrauen. Was ist eigentlich Vertrauen? Wann kann man jemandem vertrauen und wann geht Vertrauen kaputt? Und es spielt natürlich mal wieder ein Kind eine der zentralen Hauptrollen. Und viele sagen ja zum Beispiel, Stephen King kann unglaublich gut Kinder zeichnen. Und da würde ich teilweise zustimmen. Zum Beispiel bei S. Da gibt es sieben Kinder, die die Hauptrollen darstellen und die hat er unglaublich gut geschrieben. Das sind unglaublich authentische Kinder. Und das ist ja auch was, was ich an dieser Geschichte so genial finde, dass diese Kinder so unglaublich authentisch sind. Das sind einfach nur Kinder. Hier ist es ein bisschen anders. Du hast teilweise Szenen, die, okay, zugegebenermaßen, vielleicht nur, wenn man sie aus dem Kontext reißt, einen denken lassen, so handelt doch kein Kind, so redet doch kein Kind, so denkt doch kein Kind. Aber in dieser Story, im Zusammenhang und im Zusammenhang mit dem Charakter dieses Kindes, mit der Bürde, die dieses Kind tragen muss, passt es dann irgendwie doch. Das heißt, du hast vielleicht Situationen, die so in der Wirklichkeit nicht stattfinden würden, die aber in Kombination mit dieser Geschichte, mit dem Charakter des Kindes und der Bürde des Kindes unglaublich gut passen. Sodass du dann doch irgendwie das Gefühl hast, unglaublich authentisches Kind. Die Charaktere im Allgemeinen vielleicht, da hat man immer erst mal das Gefühl am Anfang, ja, mei, ist halt eine Standardfamilie, ein Vater, eine Mutter und ein Kind, interessant. Ja, okay, und der Vater ist halt Alkoholiker, aha, interessant. Aber je tiefer man in diese Geschichte eintaucht, desto tiefer tauchen wir auch in die Psyche der Figuren ein, in die Psyche, in die Vergangenheit. Und vor allem, dass jede Figur individuell und für sich persönlich von der eigenen persönlichen Vergangenheit gesteuert wird. Das ist super interessant. Das heißt also, es geht sehr, sehr viel um Psyche. Und das ist einer der Kernpunkte. Es gibt übernatürliche Elemente in diesem Buch. Das nehme ich jetzt einfach vorweg, weil das ist bei Stephen King echt kein Spoiler, meiner Meinung nach. Und was das aber so genial macht, ist etwas, was ich auch bei S schon so genial fand und immer hervorgehoben habe. Nämlich, dass diese Übernatürlichkeit einen so genialen Bezug zur Realität hat. Diese übernatürlichen Elemente fühlen sich immer gleich so viel realer an, weil sie meiner Interpretation nach so gut wie immer nur Verbildlichungen von realen Problemen und realen Phänomenen sind. Zum Beispiel gibt es da das Phänomen der Hellsichtigkeit. Wir haben ja in diesem Buch eine Person, die hellsichtig ist. Und da fällt dann der Satz, ja, es gibt nur sehr, sehr wenige Menschen auf der Welt, die so stark hellsichtig sind. Sehr viele sind es unbewusst ein bisschen hellsichtig. Ich glaube zum Beispiel, dass alle Mütter so ein bisschen hellsichtig sind. Das ist jetzt ein kleines Beispiel am Rande für diesen Punkt, den ich gerade machen will. Aber es zeigt so ein bisschen diesen Bezug zur Realität, dass doch jeder kennt, dass Mütter einen irgendwie immer so verstehen, auch wenn man nicht mit ihnen darüber redet. Und wie gesagt, ist ein kleineres Beispiel für den größeren Punkt, dass hier viel Übernatürlichkeit im Spiel ist, die aber immer ein reales Problem nur verbildlicht. Auch Wahnsinn spielt hier eine große Rolle im Zusammenhang mit dem Hotel. Der Verfall eines Menschen wird hier super tiefgründig, aber auch sehr real an teilweise übernatürlichen Stilmitteln dargestellt. Im Film wurde das meiner Meinung nach ein bisschen plumper gemacht. Wenn ich jetzt noch ganz kurz auf den Film eingehen soll, dann kann ich sagen, es ist jetzt nicht blanker Horror, wenn du dir diesen Film anschaust. Es ist so ein unterbewusster Grusel, den ich sehr, sehr gut finde. Es ist unglaublich subtile und manchmal auch nicht ganz so subtile Bildsprache, die ich super faszinierend finde. Es geht hier so viel um die Bilder, was du siehst, um die Schauspieler auch und die Schauspielerinnen, die super, super gut sind. Aber was mich halt am Film einfach stört und wo ich auch glaube, dass das das ist, was Stephen King selbst nicht so gut an dem Film findet, ich habe mir nie angehört, was er nicht gut findet, hätte ich vielleicht machen sollen, ist der Punkt, dass das, was das Buch so gut macht, irgendwie zu plump dargestellt wird in dem Film. Du hast das, was ich hier jetzt erzählt habe, was das Buch so gut macht, im Film schon auch, aber ich habe das Gefühl, wenn man den Film schaut und das Buch nicht kennt, dann versteht man das nicht so gut, beziehungsweise man versteht nicht so diese Tiefgründigkeit dahinter. Du denkst, ja, mei, so passiert halt, ja, aber du siehst nicht diese Kunst dahinter, finde ich. Die Kunst siehst du im Film tatsächlich, finde ich, eher an den Bildern, an den Schauspielern und diesen genialen Stilmitteln. Zum Schluss kann ich sagen, also wir sind jetzt wieder beim Buch, nicht mehr beim Film, Shining ist ein Meisterwerk, das genau weiß, wie man Übernatürlichkeit als Stilmittel für reale Probleme und reale Phänomene nutzen kann. Ja, Leute, das war wieder ein neues Video meinerseits. Schreibt mir mal gerne eure Meinung in die Kommentare und dann würde ich sagen, freue ich mich natürlich über einen Daumen nach oben, über jeden Kommentar, über ein Abo und eine Aktivierung der Glocke, freue ich mich natürlich auch immer und dann sehen wir uns im nächsten Video. Bis dahin, ciao!